Super, vielen Dank und schönen guten Abend. Also ich habe gemeinsam mit dem Christian Koch und seinen Mitarbeitern in fünf Schritten die Produktionskosten der Gras- und Mais-Silage durchgerechnet und ihr seht unten die fünf Tabellenblätter. Im ersten Schritt haben wir mit den Schleppern angefangen und einfach ist es noch zu sagen, wann der Schlepper gekauft wurde und zu welchem Preis. Schwerer wird es dann schon abzuschätzen, wie lange der Schlepper genutzt wird und zu welchem Preis der Schlepper dann nach Ende der Nutzungsdauer voraussichtlich verkauft werden kann. Wichtig, wir betrachten hier nicht die steuerlichen Kosten, denn steuerlich wäre es ja einfach. Da würden wir sagen, wir nutzen den Schlepper zehn Jahre und der Restwert ist null, sondern wir nutzen die betriebswirtschaftliche Betrachtung. Und das Schwierige ist halt zu sagen, 2019 gekauft, wir erwarten 15 Jahre Nutzung, was bekommen wir für den Schlepper im Jahr 2034? Das ist natürlich mit einer großen Unsicherheit verbunden, aber das ist jetzt hier der kalkulatorische Ansatz. Zusätzlich berücksichtigen wir den Zinsansatz mit einem Prozent. Wir berücksichtigen die Versicherung. Wir nutzen den Lohnansatz und unterstellen da einfach 17,50 Euro. Schwierig zu schätzen ist auch der Dieselverbrauch. Hier arbeiten wir bewusst mit einem dicken Daumen, denn der Dieselverbrauch ist dann später im Acker- und Futterbau beim Pflügen natürlich höher als beim Düngerstreuen, aber für eine grobe Kalkulation reicht das aus. Und wir unterstellen Reparaturkosten. Um das zu erleichtern, nehmen wir das in Anlehnung vom Kaufpreis. Also in diesem Beispiel haben wir zwei Prozent Reparaturkosten vom Kaufpreis kalkuliert und können dann noch mit dem Dieselpreis entsprechend spielen. Und das ergibt dann am Ende rechnerische Vollkosten je Stunde, inklusive Lohnansatz, inklusive Diesel und allem weiteren. Um die Stunden. Bei den Stunden differenzieren wir einmal die Arbeit im Stall für das Füttern zum Beispiel, für die Futtervorlage und sonstige Arbeiten, Sandfahren oder Waldarbeiten. Und die Arbeit für den eigentlichen Acker- und Futterbau, den tragen wir im dritten Schritt ein. Da kommen wir gleich zu. Christian, was ist euch besonders schwer gefallen beim Ausfüllen? Weißt du das noch? Ja, könnt ihr mich verstehen? Ja. Ja, also was, ich denke, was jedem Landwirt auch schwerfällt, ist die Zuordnung, wie viele Stunden wir brauchen, ich sage mal für die Tiere. Und diese Arbeiten auch zuzuordnen, wofür die Schlepper letztendlich eingesetzt werden. Und das ist schon schwierig, das detailliert rauszufinden. Und das ist für uns auch nochmal Ansporn, ich denke auch für jeden Betrieb, diese Dinge einfach zu dokumentieren. Das heißt, dass man einfach ausschreibt, was man mit den Schleppern entsprechend auch, welche Tätigkeit, dass man das grob abschätzt. Wie viele Stunden habe ich jetzt eingesetzt? Das war für unser Problem, aber das ist in der Praxis auch für viele Betriebe ein Problem, weil man oft einfach die Dinge nicht dokumentiert und dann entsprechend auch zuordnen kann. Ich versuche die Leute immer zu ermuntern, einfach in Excel das einzutragen, denn das ist ja das Schöne. Du kannst eine Zahl jederzeit wieder korrigieren und verändern und auch zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder anpassen. So, der zweite Schritt ist dann noch einfacher. Hier betrachten wir dann die Maschinen, die vorhanden sind, wieder mit dem Kaufdaten und Kaufpreis, der erwarteten Nutzungsdauer, dem erwarteten Restwert, wieder der Zinsansatz, wieder die Reparaturkosten und im unteren Bereich kann man dann auch noch Leihmaschinen, die man ein Jahr lang nutzt, ergänzen, indem man dann hier die Leihgebühr pro Jahr einträgt. Auch hier haben wir wieder einen Prozent Zinsansatz, den jeder korrigieren kann und zwei Prozent Reparaturkosten. Jeder hat aber die Möglichkeit einfach zu sagen, bei meinem Güllefass liegen die Reparaturkosten nicht bei 317 Euro, sondern bei 500 oder 1.000 oder 0. Ist hier was Besonderes, Christian? Ja, also ich sage mal, was für uns ein bisschen schwierig war, wie kann man den Restwert ermitteln? Also wie kriegt man da reelle Werte rein? Das war so ein bisschen schwierig. Aber was man schon hat, wenn man die Daten dokumentiert, was wir mittlerweile auch machen, zum Beispiel Reparaturkosten, die können wir quasi wie so eine ähnliche, ich sage mal, wie eine Kostenleistungsrechnung, dass wir die Kosten auch zuordnen und zu unseren Kosten stellen. Das ist einfach. Aber der Restwert, sage ich mal, exakt zu ermitteln, das war für uns schon so ein bisschen Problem, ja. Es ist ein Stück weit unmöglich. Es ist einfach eine Einschätzung, weil wir halt stark in die Zukunft blicken. So, jetzt kommen wir zum oft schwierigsten Teil, nämlich zum dritten Tabellenblatt, zum Einsatz. Und da ist es so, dass hier in dieser Spalte die eingetragenen Maschinen aufgeführt werden. Und jetzt muss man oben nur, wir haben, ich lasse nochmal eben ein paar Leute aus dem Warteraum rein. So, hier oben tragen wir halt die Kulturen ein. Hier können auch Ackerkulturen oder Kartoffeln und so weiter, Marktfrüchte ergänzt werden. Dann wird die entsprechende Fläche eingetragen. Und jetzt ist es halt so, dass wir sagen müssen, dieses Güllefass, wie viele Stunden ist dieses Güllefass im Jahr auf diesen 85 Hektar Grünland im Einsatz? Und im Hofgut Neumühle sind es 100 Stunden, beim Heu 10 Stunden, Silomais 20 Stunden, Getreide 30 Stunden und auf der Zukaufsfläche vom Silomais nochmal 14 Stunden. Und jetzt sehen wir folgendes. Wir haben vorhin gesehen, im Tabellenblatt 2 haben wir errechnet, dass die Fixkosten pro Jahr bei 986 Euro liegen. Und diese teilen wir jetzt durch die Stunden, die die Maschine im Jahr unterwegs ist. Und das ergibt die Kosten der Maschine im Jahr. In diesem Beispiel 6 Euro. Jetzt können wir aus der Liste der Schlepper den Schlepper auswählen, der die Arbeit erledigt. Dann werden die Kosten hier Schlepperstunde übertragen und Maschinenkosten plus Schlepperkosten pro Stunde ergibt die Gesamtkosten pro Stunde. In diesem Beispiel 72 Euro inklusive Lohnansatz, inklusive Diesel, inklusive Reparaturen. Und jetzt hätten die Praktiker die Möglichkeit, hier auch nochmal einzutragen, auf wie viel Hektar dieses Güllefass unterwegs ist und könnte dann die durchschnittliche Flächenleistung errechnen und die durchschnittlichen Kosten pro Hektar errechnen, um das vielleicht mit den Kosten für einen Lohnunternehmer zumindest einfach mal zu vergleichen. Das ist etwas, das ist freiwillig, das ist nicht notwendig. Das kann jeder für sich nutzen, wenn er vielleicht noch ein besseres Gefühl für seine Kosten haben möchte. Und so wie wir das jetzt hier für das Güllefass gemacht haben, geht man das halt Maschine für Maschine durch und trägt die Stunden pro Jahr für die oben eingetragene Gesamtfläche ein. Und wenn man halt drei, vier oder fünf Grünland-Schnitte macht, dann muss man halt abschätzen, wie viele Stunden das Mähwerk auf diesen drei, vier, fünf Schnitten unterwegs ist. Und man kann dafür auch zum Beispiel mit Gleichheitszeichen arbeiten, indem man sagt, erster Schnitt 20 Stunden, zweiter Schnitt 20 Stunden. Das hat dann den Vorteil, dass man auch zu einem späteren Zeitpunkt noch gut nachvollziehen kann, wie man auf den Wert gekommen ist. Ja, Christian, wie habt ihr das gelöst? So, jetzt könnt ihr mich hören. Genau, was du auch angesprochen hast, ich hoffe, ich bin gut zu verstehen, weil einige haben, glaube ich, Probleme mit dem Ton. Die Problematik ist natürlich klar, was du angesprochen hast, die Stunden so zuzuordnen, wie hoch war der Einsatz auf diesen Flächen, also von den einzelnen Maschinen. Und das haben wir versucht rückzurechnen oder uns anzugucken, weil wir über unsere Dokumentation über John Deere, über Operation Center, können wir auch gucken, wie lange der jeweilige Einsatz dieser Maschine auf den einzelnen Flächen war. Und wir wissen ja, wie viele Schnitte wir gemacht haben oder was wir entsprechend beim Silomais eingesetzt haben, an Gülleausbringung etc. Und so haben wir dann versucht, diese Einsatzstunden relativ genau einzuschätzen, um letztendlich auf diese Kosten zu kommen. Was aber auch möglich ist, wenn man es jetzt in den nächsten Zeiten auch bei den Arbeiten einfach dokumentiert. Genau, und im unteren Bereich, jetzt sieht man auch, jetzt seht ihr, warum die Leihmaschinen so wichtig sind, denn die Leihmaschinen, da ist ein Schlepper davor. Und damit wir die Schlepperstunden entsprechend mit berücksichtigen, ist das hier unten nochmal aufgeführt und sodass wir da dann auch die eigenen Schlepper aufführen. Und was ich jetzt einfach mache, ist, ich multipliziere die Anzahl der Stunden mit den Kosten pro Stunde und sehe dann unten genau, wie hoch die Gesamtkosten für die 85 Hektar Grünland sind, nämlich in diesem Beispiel 62.101 Euro. Und das teilen wir durch die Fläche und dann sehen wir auch die Kosten von 731 Euro pro Hektar und sehen darunter dann noch die Arbeitsstunden, die pro Hektar gebraucht werden. Und das bezieht sich jetzt auf die Eigenmechanisierung. Und im vierten Schritt kommen wir dann zur Fremdmechanisierung und zu den Lohnunternehmerkosten. Und die werden entweder in Euro pro Hektar oder in Euro pro Stunde oder in Euro pro Stück, also Kubikmeter oder Ballen abgerechnet. Und in diesem Beispiel haben wir jetzt den Mähdrescher. Und der Mähdrescher, der kostet 175 Euro pro Hektar und wird eingesetzt auf 41,9 Hektar und ergibt dann die 7333 Euro. Auch der Maishäcksler wird bezahlt, die Maisaussaat auf 30 Hektar. Das ist das eine. Wenn wir jetzt das Grasmähen vergeben würden, dann könnte man hier sagen, kostet zum Beispiel 24 Euro pro Hektar. Und dann könnte man hier rechts die Anzahl der Schnitte eintragen. Und dann würde hier die bearbeitete Fläche 85 Hektar mal zwei Arbeitsgänge automatisch errechnet werden. Also das ist auch eine Option, die gegeben ist. Und dann kann man mit zwei, drei, vier, fünf Beschnitten dann entsprechend ganz schnell das errechnen. Dann gibt es Sachen, die in Euro pro Stunde abgerechnet werden. Da habe ich dann hier einen Extrakasten. Das Grashäckseln, 190 Euro pro Stunde, 14 Stunden im Jahr, ergibt dann 2660 Euro. Optional hätte man die Möglichkeit, könnte man die Fläche eintragen, die gehäckselt wurde und hätte dann auch schön transparent die Kosten pro Hektar im Blick. Beim Hofgut Neumühle ist dann noch der Abtransport mit dem Häckselwagen durch Lohnunternehmer organisiert. Das Grashäckseln, der nochmal wieder Häckselwagen und das GPS häckseln. Und dann als drittes gibt es dann noch die Abrechnungsmöglichkeit in Stück und hier zum Beispiel das Ballenpressen. Ein Ballen kostet 10,40 Euro, 24 Ballen wurden gepresst und dann wird rechts die Summe errechnet. Auch hier hätte man rechts optional die Möglichkeit, nochmal die Fläche oder die Stundenzahl einzutragen, die der Lohnunternehmer unterwegs ist und würde dann halt die Kosten auch pro Hektar und pro Stunde im Blick haben und könnte dann möglicherweise entscheiden, ob man dann doch nochmal wieder zurückgeht zur Eigenmechanisierung oder ob das vielleicht die günstigste Möglichkeit ist. Und auch hier haben wir dann wieder die Kosten des Lohnunternehmers wunderbar zugeordnet und sehen dann hier unten die Gesamtkosten des Lohnunternehmers für die 85 Hektar Grünland. Das Ganze dann nochmal runtergerechnet auf den Hektar. Ergänzend darunter sehen wir dann die Eigenmechanisierungskosten und das ergibt dann die gesamten Arbeitserledigungskosten, wie gesagt inklusive Lohnansatz, denn der ist ja schon im Schlepper drin, inklusive Diesel. Reparaturen und das für entsprechend alle Kulturen und wenn man dann nochmal runter geht, brechen wir es nochmal runter in Lohn bzw. Lohnansatz, in Lohnarbeit durch den Lohnunternehmer und den Maschinenring, in Unterhalt für Versicherung und Reparaturen. Ich sage jetzt mal schwerpunktmäßig dann noch Diesel und Treibstoffe, Abschreibungen für die eigenen Maschinen und der Zinsansatz. Und Grau ist alles, wofür man Rechnungen bekommt und Grün sind dann die Positionen, wo es nicht zwingend eins zu eins eine Rechnung gibt. Aber da will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, denn wir nähern uns jetzt dem fünften Schritt. Und im Produktionskostencheck seht ihr alle Kulturen, die ihr eingepflegt habt. Für die bessere Übersichtlichkeit zeige ich jetzt hier nur noch das Grünland und den Silomais an. Und da ist es jetzt so, dass wir jetzt nur noch die Direktkosten brauchen. Das heißt, wir müssen, wenn wir die Produktionskosten der Gras- und Mais-Silage wissen möchten, müssen wir wissen, wie hoch sind die Kosten für den Mineraldünger pro Hektar. Das ist das eine. Wie hoch sind die Pflanzenschutzkosten pro Hektar? Wie hoch sind die Saatgutkosten pro Hektar? Das ist also der eine wichtige Kostenblock. Dann haben wir das hier zusammengefasst, Flächen- und Gebäudekosten. Der wichtigste Schwerpunkt sind davon die Pachtkosten. Christian, vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen, denn viele schauen jetzt neidisch auf diese Werte. Genau. Einige schauen vielleicht neidisch auf die Werte, aber in unserer Region, wir haben natürlich ganz andere Pachtverhältnisse als in, ich sage mal in anderen Regionen. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder in sehr viel dichten Regionen. Deshalb ist natürlich der Pachtansatz bei uns ein ganz, ganz anderer, als jetzt in anderen Regionen. Aber dafür haben wir natürlich auch strukturelle Nachteile und andere Dinge. Aber der Pachtansatz ist eigentlich sehr niedrig, was aber trotzdem dazu führt, dass die Landwirte zu uns kommen und hier Betriebe aufbauen und Landwirtschaft betreiben. Und das ist schon ein Punkt, der Pachtansatz ist wichtig. Natürlich ist mir auch bewusst, dass es Regionen gibt, die für Grönland 800, 900 oder noch mehr bezahlen pro Hektar. Und das ist hier einfach zu erklären, aufgrund der Struktur, die wir bei uns vorherrschend ist, die niedrigen Pachtansätze. Und jetzt sind wir fast fertig, denn die Kosten für die Arbeitserledigung, die werden übernommen und automatisch ausgerechnet. Das heißt, wir haben jetzt die gesamten Produktionskosten pro Hektar der Gras- und Mais-Silage und müssen diese jetzt nur noch durch den Ertrag teilen. Und das ist der nächste Knackpunkt. Das Hofgut Neumühle misst den Ertrag. Da sagt der Christian noch was dazu. Wer das nicht machen kann, für den habe ich hier noch ein sechstes Tabellenblatt, eine kleine Nebenrechnung gemacht, wo ihr Länge, Breite, Höhe eintragen könnt, Verdichtung, Fläche. Und dann könnt ihr mit einem dicken Daumen den rechnerischen groben Ertrag ausrechnen. Wir haben unten auch noch eine kleine Nachkalkulation, wo ihr sagen könnt, Silo geöffnet, am jeden Tag gefüttert, die und die Menge. Silo, dann seht ihr, wann es voraussichtlich leer ist. Ihr könnt eintragen, wann es tatsächlich leer ist und seht dann, wie genau, wie gut eure Kalkulation war. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Also das ist eine Möglichkeit, den Ertrag grob zu ermitteln. Ja, die Erträge an Christian waren ernüchternd. Da kann er gleich noch was dazu sagen. Also Kosten durch Ertrag, Frischmasse ergibt die Produktionskosten je Dezitonne Frischmasse. In diesem Beispiel 10,40 Euro für Grassilage, 7,20 Euro für Maisilage. Dann tragen wir noch den TS-Gehalt ein, 38 und 33 und sehen den Trockenmasseertrag. 50 Dezitonnen Gras, 79 Dezitonnen Mais. Und das gibt die Produktionskosten je Dezitonne Trockenmasse, 27,6 zu 22. Und hier ist wichtig, die Kosten sind natürlich, also ja, nur niedrige Kosten bringen nichts. Wenn ihr die niedrigsten Kosten haben wollt, mäht ihr einmal im Jahr. Ja, aber das melkt nicht. Das ist nicht die Lösung. Von daher finde ich das ganz spannend, dann hier auch noch die Energiedichte parallel daneben zu sehen. Und die ist dann beim Hofgut natürlich top. Christian, willst du die Zahlen nochmal ein bisschen einordnen? Dein Ton ist aus gerade. Entschuldigung, jetzt. Genau, um die Zahlen auch ein bisschen einordnen zu können. Ich gehe nachher kurz auch darauf ein. Wir haben, wenn es gut läuft, haben wir drei Schnitte. Wenn es normal läuft, haben wir zwei Schnitte. Aber wir hatten auch schon Jahre, da haben wir nur einen Schnitt Gras geerntet, also Grasfilage. Und das ist so unser Problem. Wir haben Niederschläge, so im Bereich 600 Milliliter am Millimeterniederschlag. Aber was wir in den letzten Jahren extrem hatten, das kann ich Ihnen ja nochmal kurz zeigen. Wir hatten eine extreme Veränderung der Niederschlagsmengen. Das heißt, eher Winterniederschläge, das ist bei vielen vielleicht auch der Fall. Und im Frühjahr kaum Niederschläge, was uns zu massiven Problemen führt. Und das sehen Sie hier auch in den Erträgen. Das heißt, wir hatten eigentlich letztes Jahr nur einen ersten Schnitt, wo wir 50 Prozent weniger Menge hatten. Und beim zweiten Schnitt auch deutlich weniger. Und das war schon ein Problem. Aber wir haben natürlich auch verhältnismäßig gleiche Kosten, weil wir zwei Schnitte hatten, aber deutlich geringere Erträge. Und dadurch sind diese hohen Produktionskosten ersichtlich, mit denen wir, ich sage mal, umgehen müssen. Auch diese trockenen Perioden, die mehr kommen werden, da müssen wir versuchen, darauf zu reagieren. Was ich nachher aber auch bei uns zeige, wie wir das versuchen, umzusetzen oder umzugehen. Und was der Rainer Möller angesprochen hat, ich denke, die Kosten, nur die niedrigsten Kosten zu haben, gerade bei den Grundfuttern, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Sondern wir müssen uns bewusst machen, dass die Tiere einfach Wiederkäuer sind. Und wenn das Grundfutter top ist, top, was das bedeutet, zeige ich vielleicht nachher nochmal aus meiner Sicht, dann fressen die Kühe davon auch viel. Und je mehr wir Nährstoffe über das Grundfutter in die Kuh reinbekommen, umso weniger Kraftfutter müssen wir einsetzen. Und so gesünder können wir unsere Kühe ernähren. Und deswegen, glaube ich, ist es auch an der Zeit, dass wir insgesamt nochmal überlegen, wie wir unsere Grundfutterqualitäten jeder Betrieb auf seine Art und Weise deutlich verbessern. Kurz, hier kam gerade noch über den Chat eine Frage rein, warum denn nur zwei Schnitte und nicht mehr? Aber ich glaube, da ist der Trockenheit geschuldet, oder? Genau, genau. Also wir würden ganz gerne mehrmals mähen, aber wenn nichts da steht, können wir nicht mähen. Und ich zeige nachher nochmal die Niederschläge. Wir haben zwar 600 Millimeter in Summe, aber wir hatten 2020 sehr, sehr, sehr geringe Niederschläge. Das heißt, wir hatten im April überhaupt keinen Regen, wir hatten sechs Liter. Und uns haben da schon 200, 300 Liter Niederschlag gefehlt. Und der erste Schnitt war einigermaßen okay von der Qualität, aber die Menge war deutlich reduziert, über 50 Prozent weniger Ertrag. Und das ist quasi der Grund, warum wir jetzt 2020 extrem wenig Ertrag hatten und weil wir einfach bis in den Sommer hinein keinen Regen hatten. Und das ist quasi der Grund, warum wir jetzt 2019 im April aber noch painted haben, und wir haben diesen Ziel, wir sehen uns interested. Und das Quindi. Vielen Dank.